Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead. In der letzten Folge haben wir leider Sean verloren, das heißt wir durften nicht mehr auf der Farm bleiben, wir mussten jetzt mit Kenny und seiner Familie weiterreisen. Aber dafür haben wir den kleinen Jungen gerettet. Hey, ist das nicht was? Ja, und Spiel fortsetzen. Da gibt's Drogen! Die sind nicht freundlich! Shit! Was ist das? Ich... ich muss mich schlafen. Ich gehe da wieder in ein Moment. Dann gehen wir! Sie haben Kinder, Lilly. Das Dinge außerhalb nicht interessieren. Vielleicht sollten Sie dann gehen und sie haben. Sie haben etwas in Ordnung. Gott, Lilly, Sie müssen diese Leute kontrollieren. Sie ist die Liederin hier, aber sie sieht aus, dass sie die Leute kontrollieren. Wenn Sie in meinen Schenken sind, Sie wären die... Holy shit, you son of a little bitch. One of them is bitten. He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out or smash his head in. Kenny, stop him! What do we do about this guy? Dad, it's just a boy. Lily, I'll handle it. We kick his ass. That's what I'm thinking. Everyone, chill the fuck out. Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us and they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Keys behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for chilling a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. It's a little boy. I think we can handle him. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing him out now. Knock this guy out. Happily. Jesus. Oh, man. Jesus! Steh auf, du verdammter Idiot. Mensch, wo ist er? Da. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Hey. You okay? Just great, thanks. Uh, guys? Everybody down. Stay quiet. Wow. Hat er verdient. Ist das einfach so. Hat er verdient. Vielleicht gibt er da nicht Ruhe. Was he the one bitten? No. Don't be crazy. It's his heart. My pills. Uh, Nitroglycerin pills? Yes. We're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. There's probably another entrance. Maybe through the office. How do you know that's an office? Uh, educated gas. It doesn't matter. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here. Out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back siphoning what I can. You're insane. Well, it's gotta get done. Plus, I'm quick and I know Macon. Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you, you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Oh, habt ihr diesen Blick gesehen von dem Mädchen noch, von Lily? Das war mal einer, so nach dem Motto so, ah, er ist der Anführer. Und, ganz ehrlich, wieso helfen wir Larry jetzt? Der wollte den kleinen Jungen rausschmeißen. Die Tür. Ob wir denn je wieder Chance haben, mit allen zu reden? Nein, glaub nicht. Ja, das haben wir schon mal gehört. Ja, das war. Ich rede nicht gern mit ihr, ich mag sie irgendwie nicht. Sie ist die Erste, die ich opfern werde. Wenn ich's kann. Okay, Clementine, wir reden jetzt erstmal nicht, sondern nehmen einen Energieriegel. Yeah, Energie. Das ist jetzt erstmal unsere. Ich mein, kann man so gebrauchen im Kampf gegen die Zombies, dann denkt man einfach so, ja, jetzt ein bisschen Energy, und dann isst man diesen Regeln und ist voll im Vorteil. Sie geht doch mal ins Büro. Mach doch mal. Hier. Danke. Oh, bitte, kein Zombie. Wen? Wen, Lee? Ja, nimm's doch mal. Uh-oh. Findet ihr? Just a picture of whoever was here. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Hm. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No. I've been sticking to first names for a reason. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good. Because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. How can I trust you? You can't, I suppose. But you don't have many other options. Na super, ist da Clementine alles gehört, oder wie? How you doing? Okay. Clem, was, was, sie lügt. Glenn, das ist doch auch von The Walking Dead wieder. Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah. We'll keep an eye on him. And there was that thing in the bathroom. He tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. I'm gonna keep looking around. Okay. Wir werden dieses kleine Mädchen unbedingt beschützen müssen, weil ich das so selbst wende. Kennen wir das dann irgendwie da durch, oder? Hm. Ist das ein Medizinkoffer? Ich kann alles schön untersuchen. Ich kann nicht über das Bettzeug drüber. Das gebiet der Respekt vor den Toten. Ich wollte da durch. Gehen wir nochmal zurück? Ich wollte da durch. Okay. Ach man, Räuschen. Ja. Ja. Du bist nicht schlecht, oder? Ich... Warum hast du mich das? Die Frau sagte, du hast jemanden töten. War das denn, weil er eine der Dinge, die dich zu essen hat? Komm, wir lügen sie an. Ja, er war. Und du mussten sich anlügen. Das ist richtig. Oh, okay. Wir mussten sie anlügen, Leute. Wir können ihr nicht die Wahrheit sagen. Sie ist 8. Und sie geht mit 8 erst in die erste Klasse. Das ist komisch. Ich bin mit 6 eingeschult worden. Aber naja, sie ist trotzdem noch klein. Wir können nichts passieren, die Ducky. Ich weiß, Hanna. Komm, gib ihm den Riegel. Es ist nicht so viel, aber hier. Für den Mann. Oh, danke, Lee. Er hat es geprägt. Das ist süß, Lee. Einmal weil der Kleine so viel durchgemacht hat. Okay, unsere Kleine auch, aber trotzdem. Hey, da. Das ist Glenn. Und ich bin hier irgendwie in der Jamm. Kleine Frau, wenn du da bist, kannst du deinen Vater auf den Telefon stellen? Oder auf den Taki oder was auch. Das ist Lee. Was ist das? Also, ich bin da an den Motor Inn, und... Ich bin, ich bin. Stuck? Ja, ich habe eine Chance, zu bekommen ein paar Supply für die Gruppe. Und ein paar von den Romanen haben mich geholfen. Ich bin hier, aber sie werden nicht verlassen. Was ist das? Glenn ist da an den Motor Inn. Hey, Glenn. Wir werden uns überlegen, und senden die Gruppe zu kommen, okay? Awesome. Ich werde ruhig sein, bis dann. Sounds good. Ich werde das nicht weitergehen, bis wir Glenn zurückkommen, okay? Ich werde es gut geholfen. Was denkst du? Ich denke, Doug ist nicht großartig mit Zombies. Und du hast deine Familie hier. Ich werde Carly und ihr Dead Eye nach dem Motor Inn, und zurückkommen hier, und zurückkommen hier so schnell wie ich kann. Wenn das was du willst, dann jemanden muss. Ja, ich bin. Gut. Es ist nicht so schlimm, da gerade jetzt. Let me know, as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay, aber ich würde sagen, hier war es doch erstmal... Oh, mir war ein Gesicht drin. Hier war es doch erstmal wieder für diese Folge von The Walking Dead, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne. Ciao. 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 Ciao.